Ankunft beim Lijang Tower So Willkommen zurück und willkommen im Garten Die Jess Lijang Towers So Ja, die versagt schon Zerstören Feuerwerk So ein Feuerwerk finde ich cool Das ist eine coole Erfindung So, coole Erfindung, was sage ich da? Coole Sache Aber sowas ähnliches gab es schon mal in der Team Fortress Nämlich damals Mit Kürbissen Ach komm Oh Interessant Ich hab keine Ahnung Come on Ich will jetzt nicht ewig warten Na gut Wir sehen uns gleich, wenn die Wartezeit fertig ist Oh Gut, zum Glück hoffe ich noch nicht Es beendet ganz gut So, wir nehmen jetzt Affamativa Mal gucken, was wir damit erreichen können Bisschen da echt extremer angreifen Im Gegensatz zu sonst Hm, vielleicht gewinnen wir Vielleicht verlieren wir Das ist die Frage Blamm Erstmal eine Verbeugung Erzeugung ist besser Und ich hab ihr aussehen Gesang nicht ausreden lassen Was sie wollte Alter, das ist ein massiver Angriff Was sie hier machen Alter, was ist das für ein massiver Angriff hier Guck Ach nee Okay, das ist ein Das ist ein harter Angriff Dad Mit Du bist wieder diensttauglich Schalke im Minusin Hm. Das war doch eine schöne Teamarbeit. Und in unsere Base rein. Ah, wo ist dieser blöde Teleporter hier? Was suchst du denn hier? Ja. Ja. Du, dich krieg ich noch nochmal. So. Bam. Aber erstmal alles ausgelöscht. Hm. Ich geh erstmal auf die Suche durch Teleporter. Das ist ja glaub ich praktischer. Ja. So. Erstmal auf die Suche durch Teleporter gehen. Ich glaube seitdem drauf sehe ich auf der Seite, weiß ich auf der Seite auch nicht. Wo, 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 wo. Ey willst du mich? So. Let's go. Wuch, ich schwaue bei dir. Jetzt. Geist allzu steigen. Oh. Gut, wie du dasl. Und nicht. Oh. Wir sind geschützt im Einsatzbereich. Raketenschild hochgefahren. Hey, hab ein Teleporter. Gehst du mich vor? Geht's? Ja. Ja! Wen ist noch das Geschütz getötet? So. Jetzt muss aber... Jetzt muss aber so sein, dass wir es verteidigen können. Schwere Aufgabe, schwere Aufgabe. Noch 30 Sekunden. Nur noch ein bisschen länger und wir sind hier fertig. Fuck. Schon wieder. Noch 10 Sekunden. Hm. Okay, wir haben trotzdem gewonnen. So. Highlight des Spiels. Ja, 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 ja. Erstmal entspannen. Läuft. War ein schönes Match. Schönes Match. Hm. Mal gucken, welches, was jetzt kommt. Für eine Minute. Ich hab so einen Ohrbaum drin, das ist so schlimm. Oh, Nachtmarkt von Hichang. Das ist schön. Hm. Nun. Mal so gucken, was ich hier kriege. Ja. Warte auf Spieler. Sieht schon schön dekoriert aus. Seid gegrüßt. Ich grüße euch. Aisland. Die Sonne ist hier oben. Hm. Also in Asien würde ich mich, denke ich, wohlfühlen. Hm. Ich nehme die Frage, gibt's Abwehr? Nee, gibt's nicht. Muss ich Abwehr spielen. Eine gute Abwechslung solche, äh, ne, ne, Abwechslung solche. Ich hab nie. Aber ne gute Abwehr ist das A und O mit bei diesem Spiele-Modus. Deswegen sollte man das nie unterschätzen. Ich sag schon, jemand kommt, um mein Zimmer aufzudringen. Brauche ich grad ein bisschen leise. Tja. Ich muss sagen, das Bild ist doch richtig geil. Ich muss sagen, das Bild ist doch richtig geil. Du. 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 Ba-Bam. Fischerheitssystem platziert. Ba-Dam. Ba-Dam. Und hier eine. Nee, lieber ein bisschen weiter oben. So, ist doch kein Schnitt. Oh, dachtest du dir? Dachtest du dir? Ich werde mich erkennlich zeigen. Jetzt sind hier oben aus. So ein Sau-Stat. Nie gesehen. Ich glaube, es ist ja mein Zimmer aus, als hier. Nee, ich glaube, in dem Gebäude drüben waren sogar die Fliesen oben auf dem Dach. Das ging jetzt hier gar nicht. Nein, nur Spaß. Nicht entdeckt. Alter, der hat mich doch immer gesehen. Ah, okay. Meine Ultimate-Leg auf. Teleporter kann gleich aufgestellt werden. Verteidig das Ziel. Greif das Ziel an. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Dachtest du dir? Nein, tut mir leid. Da war ich besser dran. Ich habe dich in den Ziel an. Eine Selbstschussanlage wurde zerstört. Hör mich, das Spiel. Das wird euch beschützen. Dann den Brunnenbruch. Hälte die! Der Gegner hat ihre Flagge aufgehoben. Sie nehmen uns unseren Druck. Wir müssen zusammenarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. ...und 9 Sekunden mit Anreizungskorde wurde verlegt. Der Weg wurde verspägt. Ah... Ihre Flagge ist wieder in der Basis. Das ist schrecklich. Zeit für ein Greifen, Westway! Meine ultimative Fähigkeit ist bereit! Selbstschussanlage bereit! Greif den Zielpunkt an! Ja, 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 wir greifen ja schon an. Verteidig den Zielpunkt! Verdammt. Da kann man Winston an. Mann! Das kann doch nicht sein. Vielen Dank. Ja, naja, ist ja klar. Bauphase. Ich hab wirklich keinen doch, ich hab hier... ...dings noch. Danke! Hey, die haben einen Teleporter! Helft mir, ihn zu finden! Nee, jetzt haben die nie wirklich nur einen Teleporter. Warum haben die einen Teleporter? Selbstschussanlage eingerichtet! Ich hoffe nicht bei uns in der Base. Bis jetzt nicht... Verteidig den Zielpunkt! Die müssen irgendwo einen Teleporter haben! Mein Kamikaze-Reifen lädt noch auf! Ja, ja! 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 Und ganz schnell! Ja! Nein! Ja! Ja! Nein! Kommt! Nice, wir haben gewonnen! Highlight des Spiels So läuft, ich habe mich ergerichtet. Aber hier wurde ganz schön Druck gemacht. Das ist krass. Dafür bekommt er jetzt auch den Punkt. Na gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss!